Ja, es ist warm, ja? Komm mal hier! Ja, komm mal hier! Komm hier! Lisa! Ja, fein! Fein machst du das! Feines Mädchen, sehr gut! Luna, Lisa, das ist ihr Django, Ben, Lola, Nala, Lothar und Chester. Chester, wir die ganze Zeit nach Hause. Ja, komm mal hier! Komm mal hier! Ja, fein, fein, Nala! Ja, hi, hi, Luna! Lisa, Lisa, komm mal hier! Komm schnell her! Ja, feines Mädchen! Django ist da, Lothar sitzt da oben. Dann, Lauren, Chester, sucht ein Schlupfloch. Ben! Lothar, Lothar, komm mal hier! Django, komm hier! Ja, fein macht ihr das! Sehr gut! Wo sind die Autos? Hm? Vielleicht soll eigentlich Bus kommen. Wie spät haben wir jetzt? Ja, eigentlich jetzt jede Minute soll der Bus hier sein. Das wollte ich auch, dass die Werte das miterleben. Ja, geduldig sein! Noch eine Minute höchstens und dann gehen wir nach Hause. Ja, mein Gott! Ist die so sauer? Lida! Ja, voll begeistert unsere Laurin! Tschöste! Tschöste! Komm mal hier! Luna! Luna! Ach, da war Luna! Ja, du warst auf der anderen Seite und ich habe schon dich verwechselt mit deinem Bruder. Die wollen die ganze Zeit nur nach Hause. Komm hier! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Da ist, bänt. Lothar? Ja, Lothar läuft jetzt auch hinterher. Ich glaube Fitness brauchen wir heute nicht mehr, ja Laurin? Die Wölfen auch nicht mehr. Die beiden gehen da um die Karpat. Du bleibst bei mir, Lothar, Lothar, komm mal hier. Es ist zu warm. Die Wiese ist jetzt auch so warm geworden, von der Mittagzone. So, Lothar geht auch nach Hause. Die wissen schon Bescheid, wo es lang geht. Lothar will aber immer noch nicht kommen. Hat er vielleicht um halb zwei Pause? Da können wir lange auf ihn warten, ja? So, dann gehen wir nach Hause. Ja, Lisa? Na Ben, gehen wir nach Hause? Essen, Essen? Na ja, wenigstens ein LKW, aber das interessiert die Wölfen auch nicht. So, gehen wir nach Hause? Ja. Ja.